Ja, die Fitline-Lüge. Möchtest du mehr darüber wissen? Drei Dinge, die du auch wissen solltest. Ja, in den letzten Tagen, eigentlich vor ein paar Wochen, ist ein Beitrag erschienen mit dem Titel Die Fitline-Lüge, also von PM International. Und als ehemaliger Fitline-Vertriebspartner, also von PM International, vielmehr als Aussteiger, möchte ich dir jetzt ehrlich darüber berichten. Ich möchte jetzt diesen Beitrag, der da wahrscheinlich schon überall bekannt ist, inhaltlich nicht bewerten. Das würde jetzt einfach den Rahmen sprengen. Aber ich möchte wichtige Erfahrungen von mir geben. Zuerst einmal die Frage zu Fitline. Wenn man sagt, Fitline-Lüge oder was da drinnen steht, fragt man sich ja, funktionieren die Fitline-Produkte überhaupt? Und ich selbst habe sie 24 Monate genommen. Ich habe auch viele, viele Kunden, die das genommen haben. Und eines muss man sagen, ein Körper reagiert immer unterschiedlich auf Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe früher auch Sportler gecoacht, die haben das gleiche Nahrungsergänzungsmittel genommen. In dem Fall war es nicht Fitline, sondern Vorfitline. Und bei manchen wirkt es schnell, bei manchen wirkt es später, bei manchen spüren nichts und so weiter. Also das kann schon mal sein. Es gibt hier Studien, es gibt hier Werbung, es gibt hier verschiedenste Sachen, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass Fitline Restorate meinen Schlaf sehr positiv unterstützt. Ich habe eine Zeit lang sogar ein sogenanntes Herzraten-Variabilitäts-Messgerät genommen und habe gemerkt, die Regeneration verbessert sich. Das ist so. Es spielen aber beim Thema Regeneration und wenn man sowas misst, viele Faktoren mit ein. Was habe ich am Abend gegessen? Habe ich Stress? Wann bin ich schlafen gegangen? Also man kann das nicht hundertprozentig nur festmachen an den Fitline-Produkten, das ist klar. Grundsätzlich zu der Art und Weise, ich glaube, die wurde hier in dem Beitrag auch kritisiert. Grundsätzlich Network Marketing und Fitline gehörte zur Firma PM International. Network Marketing hat oftmals ein eher schlechtes Image und zwar dieses Vertreter, dieses Keiler-Image und ich selbst war, bevor ich bei Fitline war, in neun anderen Network Marketing Firmen. Bei Fitline habe ich dann den Durchbruch geschafft. Ich habe im neunten Monat einen Umsatz von 210.000 Euro aufgebaut. Wie das geht, zeige ich dir unten. Und ich muss eines gleich sagen, da war jetzt nicht der Fokus auf die Produkte. Ich habe nicht über die Produkte gesprochen, nicht über die Firma. Also das Entscheidende war das System. Und deswegen, was ich hier schon merke ist, naja, es ist wie mit einem Messer. Man kann mit einem Messer gute und schlechte Sachen machen. Und es gibt halt ein paar Partner, das ist halt in jeder Network Marketing Firma, die ein bisschen vielleicht nicht so stilvoll arbeiten, wenn ich das so sagen darf, und andere, die das machen. Sehr, sehr oft liest man natürlich dann die negativen Beispiele. Das ist grundsätzlich im Internet so. Man liest immer die negativen Sachen und die Leute schreiben das auch rein. Und da kann schon ein Eindruck entstehen. Aber ich kann dir sagen, ich selbst habe nie mit Namensliste gearbeitet. Nie mit Homepartys oder Sonstiges. Und das geht. Und es liegt an der Entscheidung von einem selbst, wie will man Fitline wirklich an den Mann, an die Frau bringen. Mein Tipp ist wirklich, dass wir weggehen von diesem Keilen, dass wir aufhören, Akquise zu machen. Speziell über Facebook, aber auch über andere Social-Media-Kanäle. Aufhören, die Freunde und Verwandte zu belästigen, weil dann kommt das gar nicht raus. Wie gesagt, ich möchte einen Tipp mitgeben und unterhalb im Training findest du mehr. Da lernst du, wie ich bei Fitline in 30 Tagen 110 Partner generell habe. Es geht vor allem hier um zwei Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar, dass du mit öffentlichen Facebook-Gruppen arbeitest. Seit einigen Wochen ist das völlig neu. Es geht hier nicht um die klassischen öffentlichen Gruppen, sondern um die neuen öffentlichen Gruppen. Und hier hast du zwei Vorteile. Das eine ist mal Google Rankings. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt zu dem Video gekommen bist, über YouTube, über Google. Und das ist fantastisch. Das heißt, wenn du jetzt bei Fitline Vertriebspartner bist und jemand gibt zum Beispiel ein, Fitline abnehmen und er findet dein Facebook-Posting, das wäre natürlich wirklich gut für dich, denke ich mal. Und das geht mit den neuen öffentlichen Gruppen. Unten im Training zeige ich dir genau, wie du diese Gruppen einstellst, weil du musst sie wirklich einstellen, weil sie nicht automatisch da sind. Aber dann noch ein Punkt, die Facebook-Suche. Das heißt, es gibt auch Leute, die bei Fitline, die bei Facebook eingeben, Fitline-Erfahrungen etc. Und wenn da zum Beispiel deine Gruppe kommen würde, wäre das sehr, sehr gut. Facebook hat hier ein Ranking-System. Das heißt, es geht nach sogenannten Relevanzkriterien vor und diese Relevanzkriterien kann ich dir sehr, sehr gerne mitgeben. Also grundsätzlich, das ist meine Erfahrung und betreffend dem Artikel die Fitline-Lüge und ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Schön, dass du da bist. Bye, bye. Ciao und rock it. Servus.